Iris ist CMD-Patientin, hat Ohrgeräusche, Bandscheibenvorfall und noch Zähne pressen und knirschen. Und was genau sie dagegen konkret unternehmen soll, das erfährst du hier von mir. Iris und ihre Beschwerden haben angefangen mit ihren Ohrgeräuschen. In 2021 bekam sie Ohrgeräusche, wusste nicht woher es kam, hat dann aber auch gleichzeitig noch einen Halswirbel, so einen Bandscheibenvorfall gehabt. Auch da ist unklar, was genau der Auslöser war, aber sie sagt, sie hat Schmerzen in der Halswirbelsäule auf einer Skala nur bis 10 auf einer 7. Und dann hat sie noch seit 2020, also ein Jahr vorher, ISG-Blockaden gehabt. Also am Übergang vom Becken findest du zum Rücken hin ein kleines Gelenk. Das sorgt dafür, dass dein Becken so ein bisschen hin und her kann, so ein bisschen vor und zurück. Ist den meisten bekannt als ISG und kann erhebliche Schmerzen auch machen im unteren Rücken. Damit hat sie immer Probleme gehabt, seit 2020, da hat sie wohl viel Gartenarbeit gemacht und kann das aber in den Griff kriegen, wenn sie trainiert, dann wird es etwas besser, wenn sie sich aber ausruhen, wird es etwas schlechter. Und hier ist es wohl so, wenn der Schmerz kommt unter dem Rücken, dann hat sie den auf einer 10 von 10, also ziemlich hoch. Und sie hat auch noch mit Zahnpressen Probleme und drückt da zu sehr die Zunge an die Zähne und merkt einfach, dass da natürlich kaum Muskulaturbelastungen sind. Ja, was hat sie alles probiert? Sie war wohl bei der Physio für das ISG-Problem, für den unteren Rücken. Das war auch erfolgreich, sagt sie. Also wenn sie es machen lässt, dann ist es ganz gut. Gut, sie hat noch eine Titus-App probiert, weil der Titus ist so ein ganz großes Problem von ihr. Aber da hat sie wohl gar keinen Erfolg gehabt. Sie hat ein paar weitere Erkrankungen angegeben. Zum einen hat sie Schilddrüsenunterfunktion, sie schnarcht, hat Herzrhythmusstörungen und einen Reizdarm. Ihr Ziel ist ganz klar, sagt sie. Ich wünsche mir das Dröhnen in meinem Kopf, dass es aufhört und möglichst die Schulternackenbeschwerden im Laufe des nächsten Tagesjahres besser werden. Das wäre ein Traum. Ja, was ist so in ihrer Anamnese mir aufgefallen? Also, sie hat ein paar Verletzungen gehabt. Sie ist mit sechs Jahren angefahren worden, hat da auch eine Narbe zurück erhalten. Sie hatte einige Operationen, eine Wurzespitzenresektion, Zahnoperationen und auch am Kniegelenk war, wo rechts und links der Meniskus betroffen und wurde operiert. Und sie nimmt natürlich gegen ihre Schilddrüsenunterfunktion noch Medikamente. Also, liebe Iris, was ich dir gerne mitgebe und auch du, falls genau die gleichen Beschwerden auf dich zutreffen. Nummer eins an deinen Ursachen. Du hast hier durch deinen Sturz im sechsten Lebensjahr wohl eine Halssinnungsinstabilität davongetragen. Das ist nicht so selten, wie man glaubt, aber durch so Verletzungen, Unfälle passiert das ziemlich häufig. Was ist da meine Empfehlung? Meine Empfehlung ist, dass du einfach mal im Urin dir das untersuchen lässt und zwar einen Test auf Nitrostress durchführen lässt. Und dann könnte man das dadurch bestätigen, dass es so ist. Das wäre ein ganz großer Schritt für dich. Weil die Halssinnungsinstabilitäten machen allerlei Probleme. Also angefangen von Schmerzen im Gelenk und Muskelbereich, aber auch angefangen bis zu Schilddrüsenfunktionen, die nicht mehr funktionieren. Herzprobleme, Allergien, Verdauungsprobleme. Und das kann alles daher mitkommen. Auch übrigens dein Schlafproblem. Deswegen ist das eine wichtige Sache. Was würde sich dadurch verbessern, wenn du es wüsstest und auch wüsstest, was du tun könntest? Natürlich die Ohrgeräusche und auch die Schul- und Nackenverspannung und auch der Schlaf. Das ist bei dir ein ganz großes Thema. Dann meine zweite Auswertung in der Ursache sind so die Schlafstörungen. Da würde ich dir empfehlen, wenn du schnarchst, dass man mal schaut, ob du wirklich einen guten Schlaf hast oder nicht. Aber wenn dein Schlaf schlecht ist, dann hast du hier natürlich mehr Zähne pressen. Du hast mehr Schulter- und Nackenprobleme. Deine Halssinnungsinstabilität erholt sich nicht. Die ist sowieso schon diesen Bandscheibenvorfall als Problem hat. Deswegen track doch mal einfach deinen Schlaf per App oder per Handy, um zu schauen, ob du da wirklich gut bist oder ob es da Auffälligkeiten gibt. Oder du gehst im letzten Instanz in ein Schlaflabor. Was würde das bringen? Naja, wenn der Schlaf verbessert wird, dann auf alle Fälle Wohlbefinden, mehr Energie, weniger Schmerzen im Allgemeinen. Also ein ganz großes Tool, da wirklich an den Schlaf ranzugehen. Die dritte Ursache deiner Beschwerden habe ich von den Pressen und Knirschen. Also vor allem ist bei dir Pressen und Zungepressen. Wenn du das tust, hast du natürlich eine erhebliche Verspannung immer wieder in der Kaumuskulatur und auch in der Halsmuskulatur. Deswegen ist da wichtig, dass du aktiv dir diese Gewohnheit abtrainierst. Das kann man machen, zum Beispiel bei uns im Coaching wird das gemacht. Da kann man aktiv dagegen etwas tun und hättest einfach deinen entspannten Schulternacken- und Kieferbereich. Die vierte Ursache ist bei mir noch zu suchen bei Zahnherden. Du hast geschrieben, dass du sehr viel Wurzelspitzenrezeption hattest, Zahnoperationen. Da wäre natürlich die Frage, ob da auch nach Zahnherde sind, ob da bakterielle oder virale Belastungen sind in den Zahnhalseapparat. Das müsstest du mal checken lassen, am besten vom ganzheitlichen Zahnmediziner. Denn das kann auch dein gesamtes System einen erheblichen negativen Einfluss auslösen. Und das sind erstmal die klaren Empfehlungen. Was natürlich immer nie schadet, ist, wenn du sagst, du schaust mal, dass du deine Haltung trainierst, dass du da einfach stabiler wirst im gesamten Rücken und auch deine Lendenwirbelsäule mal stabilisierst. Das sagst du ja auch, wenn du zur Physiotherapie gehst und trainierst, hast du dadurch einen positiven Effekt. Und das wird sich auch immer auf deine Halswirbelsäule auswirken. Also mach damit auch weiter. Aber die drei großen Bereiche sind zum einen die Halswirbelsäuleinstabilität prüfen zu lassen, der Schlaf und nochmal das Pressen und das Zungepressen, das in den Griff zu bekommen. Wir können dich gerne dabei unterstützen. Auf dem Weg melde dich dazu einfach bei uns zum kostenfreien Beratungsgespräch und wir geben dir konkret die Schritte an die Hand, die du mit uns gehen darfst. Und wenn du jetzt sagst, hey, also so eine Analyse hat noch niemand bei mir gemacht, die hat mich nicht mehr gesehen, aber das war echt schon gut, das hat, gib mir einen Einblick. Dann schicke uns auch deinen Fall ein und wir werden dich benachrichtigen, wenn wir dich ziehen und wir werden es hier vorstellen, du kriegst da von uns natürlich auch eine separate E-Mail mit der gesamten Analyse. Hier findest du zum Analysebogen einen Link, lad ihn dir runter, füll ihn aus und schick ihn ein zu uns.